Glaubt Alicia die Lügen von Carlos? Skrupellos zieht Carlos, Patrick Fernandes, seinen Plan durch. Er will Alicia, Josephine Bressel, glauben lassen, Sex mit ihm gehabt zu haben, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Dass Paul, Niklas Osterloh, sich daraufhin von Alicia trennt, ist für Carlos mehr als ein hübscher Nebeneffekt. Denn jetzt kann er zum Angriff übergehen. Es war alles deine Entscheidung. Du hast zu viel getrunken. Du hast mich geküsst. Du hast mir gesagt, du vermisst mich. Du wusstest, was du tust, lügt er Alicia direkt ins Gesicht. Diese ist einfach nur fassungslos. Kann es wirklich sein, dass sie nach dieser Nacht im Mauerwerk mit Carlos geschlafen hat? Das kann nicht sein, stammelt sie. Doch Carlos bleibt hartnäckig. Wie sehr er versucht, Alicia zurückzugewinnen, zeigt das GZSZ-Vorschau-Video oben. Jonas macht seiner Familie schwere Vorwürfe. Seit einigen Tagen ist Lars, Hadi Krüger, auf der Flucht vor einer internationalen Verbrecherbande. Der Waffenhändler Kubitschek hat es auf ihn abgesehen. Diesem hat er für die Erlassung seiner Schulden in Höhe von 500.000 Euro ein neues Gesicht versprochen. Lili, Iris Mareike Steen, und Maren, Eva Mona Rodekirchen, sind in den letzten Tagen durch die Hölle gegangen. Nachdem Lili ihrem Vater gedroht hat, die Polizei einzuschalten, hat dieser sie im Keller des »Jeremias« Krankenhauses eingesperrt. Als Lili bei einem Fluchtversuch lebensgefährlich verletzt wird, fasst sie endlich den Entschluss, ihren Vater bei der Polizei anzuzeigen. Wer jedoch von all dem nichts mitbekommen hat, ist Jonas, Felix van Deventer. Als dieser aus Südafrika wiederkommt, fällt er aus allen Wolken. Wie Jonas auf die jüngsten Ereignisse reagiert, zeigt das Vorschau-Video. Nihat hat eine zündende Idee, keine 100 Abonnenten hat Nihat's Fitness-Sub in den letzten Monaten gesammelt. Gefrustet über die geringen Nutzerzahlen, sucht er nun händeringend nach einer Möglichkeit, mehr Follower zu bekommen. Nach einem schmerzhaften Zwischenfall mit einem Fitness-Gurt kommt Nihat eine zündende Idee. Er testet Fitness-Produkte vor der Kamera. Gemeinsam mit Paul gründet er das Format Fit oder Shit. Wie die beiden ihre neue Business-Idee angehen, zeigt das Vorschau-Video ganz oben. Bis zum nächsten Mal. Viele Nach der Kamera werden in den letzten Jahren millennialsление gesammelt. Jürgen Riejaten haben gehen darüber nachher neasaimarer estamos bereits insthận, a submarin wattiger Karl Yoga über die Sündigungen aus Ereignisse gelungen von Hüterstraиход. descub ilk Video wird der Serie, gen Study von HüterstraGEROOM oder die Daten wie ihr sieben. 历send auf der Kamera programmes übertどもet die Tule 유명l that tại Dich. Vielen Dank.